Herzlich willkommen zu Astlepios Gesundheitssendung. Wenn der Arzt von Darmkrebs spricht, dann ist der Schock immer erst einmal groß. Und wenn es um den Mastdarm geht, dann macht man sich viele Gedanken. Wird es zum Beispiel einen künstlichen Darmausgang geben? Das ist so eine Frage. Aber der medizinische Fortschritt verbessert die Therapie immer mehr und erleichtert unsere Genesung. Bei mir ist Dr. Udo Kronberg. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Gastrointestinale und Kolorektale Chirurgie an der Astlepios Klinik Barmweg. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank für die Einladung. Was macht Mastdarmkrebs so besonders? Das Besondere am Enddarm, also am Rektum, ist eigentlich seine anatomische Lage. Der Enddarm ist im knöchernen Becken. Das heißt, er hat einen relativ begrenzten physikalischen Raum. Der Darm ist von einer Fettmanchette umgeben, das nennt sich das sogenannte Mesorektum. Und es sind halt auch in der Nähe dann zum Beispiel bei Männern Prostatasamenbläschen, bei den Frauen die Scheide, die Gebärmutter, die Ovarien, alles relativ auf einem sehr engen Raum zusammen begrenzt. Und das macht natürlich dann die Behandlung auf der einen Seite schwieriger, weil man halt nicht so ganz frei da einfach den Darm rausarbeiten kann in der Operation. Aber auf der anderen Seite hat es auch Vorteile, weil man ihn zum Beispiel mit anderen Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel Bestrahlung, besser erreichen kann als andere Darmabschnitte. Ja, und außerdem geht es ja auch noch darum, dass da ja der Darmausgang ist, der Schließmuskel, der ja auch eine entscheidende Rolle spielt. Ja, selbstverständlich. Es hängt sehr davon ab, auf welcher Höhe der Tumor sitzt. Ja. Wenn der Tumor ganz nah am Schließmuskel sitzt oder sogar in den Schließmuskel hineinwächst, ist es natürlich eine sehr schwierige Situation. Aber wenn zumindest ein bisschen Abstand ist, dann kann man heutzutage sehr oft Schließmuskel erhaltend den Patienten behandeln. Ja. Muss man denn immer grundlegend immer operieren? Also muss immer ein Teil raus. Ja, also Darmkrebs kann man ohne Operation nicht kurativ behandeln. Ja. Man kann ganz viele Sachen machen, um den Patienten vielleicht das Leben zu verlängern, ohne den Krebs wirklich aus dem Körper rauszunehmen. Das ist bei einigen Patienten eben notwendig, weil sie sehr alt sind oder sehr krank sind oder was weiß ich. Aber wenn man einen Darmkrebs kurativ behandeln möchte, dann ist eine Operation im Laufe der Behandlung absolut notwendig. Welche OP-Methoden haben Sie zur Verfügung? Also jetzt gerade für den Enddarmkrebs. Insgesamt haben wir natürlich die traditionelle offene Operation, wo man über einen größeren Schnitt operiert. Dann als nächstes kam dann die minimalinvasive, sozusagen die laparoskopische Chirurgie, also wo man mit einer Kamera über den Bauchnabel und verschiedenen kleineren Einschnitten die Instrumente einführt. Und jetzt in den letzten Jahren, vor allem beim Enddarmkrebs, hat sich eigentlich die robotische Chirurgie etabliert. Eigentlich wirklich als vorteilhafte Methode. Weil gerade in diesem schon erwähnten, sehr eng begrenzten Raum ist es natürlich schwierig, mit relativ langen und ungelenkten Instrumenten zu operieren und einer begrenzten Sichtweise auch. Beim robotischen Operieren ist der große Vorteil eben, dass man zehnfache Vergrößerung hat. Man kann, also dieser Roboterauge sind zwei Kameras, deswegen kann ich auch dreidimensional sehen. Ich habe zehnfache Vergrößerung und die Instrumente haben den großen Vorteil gegenüber, zum Beispiel einer laparoskopischen Operation, dass sie vorne Gelenke haben. Aha, das heißt, die knicken vorne ab wie so ein Finger, während das Laparoskop eine starre Stange, glaube ich. Genau, das normale laparoskopische Instrument ist einfach eine starre Stange und vorne ist dann die Pinzette oder die Schere, aber da kann sich nichts bewegen. Der Roboter hat vorne zwei Handgelenke und ich habe also wirklich jede Menge Bewegungsfreiheit und kann auf engstem Raum sehr präzise arbeiten und sehe das auch viel besser. Insofern ist für Enddown-Krebs für uns eigentlich heutzutage Standard, dass der robotisch operiert wird. Ja, also auch um die Blase nicht zu schädigen, wahrscheinlich die Blase da und... Genau, da ist die Blase, da sind gerade bei den Männern eben die Prostata, die Samenbläschen. Da geht die ganze Nervenversorgung für den Genitaltrakt runter und da muss man natürlich dann immer versuchen, auf der einen Seite so radikal wie nötig zu operieren, auf der anderen Seite so schonend wie möglich. Und je besser ich sehen kann, je mehr Details ich sehen kann, weil ich gute Vergrößerungen und gute Sicht habe, umso besser kann ich das erfüllen. Ja, also wenn ein Teil des Darmes raus muss und wenn dieser Teil des Darmes relativ kurz vorm Schließmuskel liegt, da hat man ja früher wahrscheinlich befürchten müssen, dass man dann endgültig den natürlichen Schließmuskel verliert. Wie, wenn das Ziel jetzt ist, den zu erhalten, welche Chancen haben Sie denn da? Ja, heutzutage hat sich das zum Glück ganz ordentlich gewandelt. Noch vor, ich würde mal sagen, 15 oder 20 Jahren wurde ein Sicherheitsabstand zwischen Tumor und Schließmuskel von ungefähr 5 Zentimeter gefordert, um eine onkologische Sicherheit zu gewährleisten. Und damit wurde jeder Tumor, der unter 5 Zentimeter lag, automatisch der Schließmuskel mit rausgenommen. Und wenn der Schließmuskel mit rausgenommen wird, ist logisch, dann muss der Patient einen künstlichen Darmausgang haben, weil unten ja keine Kontinenz mehr möglich ist. Das hat sich zum Glück gewandelt in den letzten Jahren. Man braucht heutzutage, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit einem Abstand, also einem Absetzungsrand von einem Zentimeter, man onkologische Sicherheit genauso erhält wie 5 Zentimeter. Das heißt, man kann heutzutage auch tiefere Rektumtumoren noch raus operieren, ohne den Schließmuskel mitnehmen zu müssen. Und das heißt, man kann prinzipiell kontinenzerhaltend operieren. Bedeutet natürlich schon, dass der Patient bei diesen ganz tiefen Wiederanschlüssen, der Darm muss ja dann von oben wieder direkt oberhalb vom Schließmuskel wieder aneinander genäht werden. Und das hat natürlich, dadurch, dass es da unten relativ eng ist und auch nicht so gut durchblutet, ist da von sich aus ein relativ hohes Risiko, dass diese Verbindung nicht sofort gut einheilt, sondern dass es Undichtigkeiten gibt. Deswegen werden solche Patienten routinemäßig mit einem künstlichen Darmausgang auf Höhe des Dünndarms, aber für eine begrenzte Zeit, ungefähr sechs Wochen, versorgt. Das gibt einfach unten der Darmverbindung die Zeit, ohne Arbeitsdruck sozusagen, ohne dass schon Stuhl über diese Verbindung drüber fließt, einzuheilen. Derweil, für diese sechs Wochen, läuft der Stuhl dann eben in den Beutel vom künstlichen Darmausgang. Nach diesen sechs Wochen kann man sich das angucken, endoskopisch, radiologisch, gucken, dass alles schön eingeheilt ist, dass alles dicht ist. Und dann kann man den künstlichen Darmausgang zurückverlagern und der Stuhlgang läuft wieder über seinen natürlichen Weg. Ist das quasi eine zweite Operation? Das ist eine zweite Operation, die allerdings wesentlich weniger komplex ist als die erste. Es ist eine Operation, die normalerweise auf lokalem Niveau am Bauch nur gemacht wird. Man muss nicht den ganzen Bauch aufmachen oder irgendwas, sondern man muss einfach den Darm, den man da rausgezogen hat, von der Haut und von der Bauchwand ablösen, wieder zusammennähen, reintun und den Muskel einfach da mit drei, vier Stichen wieder zunähen. Und der stationäre Aufenthalt ist auch viel kürzer. Das ist normalerweise drei bis vier Tage kann der Patient nach Hause. Bei der ersten Operation ist üblicherweise ungefähr eine Woche, fünf bis sieben Tage ist Durchschnitt. Ja, und wenn Sie doch das Gefühl haben, es wird auf einen dauerhaften künstlichen Darmausgang rauslaufen, wissen Sie, dass schon vor der Operation, also weiß der Patient es auch schon vor der Operation oder wird das innerhalb der Operation entschieden? Das hängt natürlich vom Fall ab. Also bei den meisten Patienten weiß man vorher entweder sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommen wird. Und der Patient wird entsprechend darauf vorbereitet. Also es ist bei uns so, dass alle Patienten vor dem Anlegen eines künstlichen Darmausgangs eine Schulung durch unser Stoma-Pflegepersonal erhalten. Das heißt, sie bekommen vorher entsprechend Informationen, bekommen das gezeigt, kriegen schon mal gezeigt, auch wie man das nachher versorgt, was das bedeutet. Und werden dann auch nach der Operation von unserem Personal weiter betreut, angeleitet mit, wie man das versorgt, wie man die Stomaplatten klebt und so weiter und so fort. und die werden dann also so langsam in Freiheit gelassen, bis sie es dann wirklich selbst managen. Ja. Ist das denn, gibt es da so eine gewisse, also ein Risikopotenzial, weshalb ich von vornherein auf einen künstlichen Darmausgang zulaufe? Also mal abgesehen davon, in welcher Höhe der Krebs ist? Also vor Operationen zum Beispiel? Ja, also wenn der Tumor in den Schließmuskel einwächst, dann ist es vollkommen klar, dass man das nicht anders machen kann. Wenn er sehr nah dran ist, dann sagt man dem Patienten, dass man versucht, und man versucht es ja auch wirklich, den Schließmuskel zu erhalten. Aber was man in der Bildgebung vorher sehen kann, ist nicht immer unbedingt das, was man auch wirklich in der Operation findet. Man macht es dann so, dass man den Enddarm und den Tumor rausschneidet. Das geht dann zum sogenannten Schnellschnitt. Das heißt, es wird während der Operation noch zum Pathologen geschickt, um zu gucken unten, ob der Absetzungsrand tumorfrei ist. Wenn man direkt oberhalb vom Schließmuskel abschneidet und da sind immer noch randständig Tumorzellen, dann gibt es keine andere Wahl, als den Schließmuskel mit rauszunehmen. Ich sage das meinen Patienten auch immer. Letztlich, unsere erste Mission ist die onkologische Sicherheit der Operation. Und die zweite Mission ist Stoma vermeiden, Kontinenz erhalten, Lebensqualität und so weiter und so fort. Ja, zumindest bei jungen Patienten. Zumal ja auch der Patient, glaube ich, auch im Team besprochen wird. Ja, selbstverständlich. Gerade bei solchen Patienten ist es ja meistens so, je tiefer der Tumor sitzt, umso wichtiger ist, dass er vorbehandelt wird, nicht direkt operiert wird. Und das gesamte Konzept einer Enddarmkrebsbehandlung ist heutzutage ganz klar multidisziplinär. Also wir besprechen jeden Patienten mit einem Enddarmkrebs in der Tumorkonferenz. Da sitzen die Onkologen, da sind die Strahlentherapeuten, da sind wir als Chirurgen, da sind die Endoskopiker, die den Tumor entdeckt haben, da ist der Pathologe, da ist der Radiologe und dann werden die sämtlichen Informationen, die Bilder und so weiter durchgesprochen, durchanalysiert und dann wird für jeden Patienten eine individuelle Behandlungsstrategie festgelegt und die wird dann beim Patienten nachher angewendet. Es ist nicht selten, dass der Patient zuerst vom niedergelassenen Arzt zum Chirurgen geschickt wird, weil er einen Darmkrebs hat und operiert werden muss. Und dann vervollständigen wir die Untersuchungen, also MRT vom Becken, CT und so weiter. Dann geht es in die Tumorkonferenz und dann ist es oftmals so, dass ich den Patienten dann anrufe und sage, so wir haben das jetzt besprochen, in Ihrem Fall wird zuerst eine Bestrahlung oder eine Chemotherapie oder beides gemacht und dann wird der Patient onkologisch angebunden oder strahlentherapeutisch angebunden mit der Maßgabe, dass er, wenn das dann vorbei ist, wieder zu mir zurückkommt, um dann letztlich die Operation zu planen. Und das dauert eine ganze Zeit, oder? Diese Vorbehandlung? Ja, das hängt davon ab, welches Schema verwendet wird, aber das kann durchaus bis zu drei Monaten dauern. Und muss ich mir da dann Sorgen machen als Patient, dass in dieser Zeit der Krebs ja weiter wächst? Nein, er wird ja behandelt. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur den Patienten da sitzen lassen und warten, dass der Tumor größer wird, sondern er wird ja eben behandelt, um ihn kleiner zu machen. Und vor allem, was beim Enddarmkrebs wichtig ist, wie ich schon gesagt habe, es ist ein räumlich begrenzter Raum und ein großes Problem, wenn man einen Enddarmkrebs nicht vorbehandelt mit Strahlenbehandlung, sondern obwohl er groß ist und tief sitzt, direkt operiert, ist es die große Gefahr, dass Tumorzellen zurückbleiben und dass dann später in diesem engen Raum, der schon voroperiert ist, neue Tumorknoten wachsen und die sind dann nachher extrem schwierig zu behandeln. Deswegen ist schon seit Längerem etabliert, dass ein Enddarmkrebs, der über die Darmwand hinauswächst oder wo in der Bildgebung zum Beispiel im MRT schon verdächtige Lymphknoten zu sehen sind, dass der Patient, bevor er operiert wird, bestrahlt wird. Einerseits, um den Tumor zu verkleinern und auf der anderen Seite, um eben die Ränder von diesem, was ich nachher in der Operation rausnehme, sozusagen tumorfrei zu machen, abzusichern, dass keine Tumorzellen zurückbleiben können und damit eben dieses sogenannte Lokalrezidiv nicht auftritt. Ja, und dann wird ja manchmal auch noch im Nachgang behandelt, um da eben auch nochmal letzte Krebszellen zu beseitigen. Lassen Sie uns kurz noch ein Wort verlieren zum Thema moderne Chemotherapie, also zielgerichtet zum Beispiel. Man muss sich mehr mit Kanonen auf Spatzen schießen. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Also erstens mal hängt es davon ab, ob der Patient eine Chemotherapie oder überhaupt eine Systemtherapie, um es mal so zu... Es ist ja nicht mehr notwendigerweise Chemotherapie. Also eine Systemtherapie bekommt, wenn keine Fernmetastasen da sind, hängt es davon ab, ob die Lymphknoten letztlich in der pathologischen Aufarbeitung befallen sind oder nicht. Wenn Lymphknoten befallen sind, dann geht man davon aus, dass auch im Körper Tumorzellen zirkulieren und dementsprechend wird dann eine, die nennt sich adjuvante Chemotherapie, die angewendet, um diese freien Tumorzellen, die man nicht sehen kann, weil sie sich ja zum Glück noch nirgends eingenistet haben und keine Metastasen geformt haben, um diese Tumorzellen abzutöten und damit die Möglichkeit, das Risiko, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre Fernmetastasen auftreten, dass dieses Risiko minimiert wird. Und dann ist es so, dass man heutzutage oft... Also wir machen bei jedem Tumor ein sogenanntes genetisches Profil. Es gibt heute verschiedene genetische Veränderungen im Tumor, die uns erlauben, mit zum Beispiel Antikörpern oder sogenannten Checkpoint-Inhibitoren die Tumorkrankheit individuell dieses Patienten besser in den Griff zu bekommen oder anzugehen, als mit einer Breitband-Chemotherapie, die einfach alles, was da rumkreucht und fleucht, einfach mal abtötet. Das ist so ein bisschen... Kann man sich so vorstellen wie zum Beispiel Antibiotikatherapie. Wenn man noch nicht weiß, was ist, der Patient geht schlecht, dann kriegt er ein Breitband-Antibiotikum und wenn ich dann die Kulturergebnisse habe vom Abstrich und ich weiß genau, welches Bakterium es ist und ich weiß, auf was er anspricht, dann kann ich das Antibiotikum auf ein ganz Spezielles umsetzen, was nur diesen Keim tötet und den ganzen Rest in Ruhe lässt. Und das kommt jetzt heutzutage bei der Systemtherapie beim Krebs immer mehr in die Richtung, dass man also vom Tumor spezielle Charakteristika checkt und dann je nach der Konstellation auch eben zum Beispiel Antikörper einsetzt, um den Patienten zu behandeln. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf Facebook, YouTube, Instagram und LinkedIn. Werden Sie gesund.